90 Kilo 100 Kilo Das ist ein Schnapp. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Mobiltelefonen und Geldrausen, die eher mit der Fahrt und der Luft verwendet werden. Es ist ganz einfach, eure Maschine zum Überschlag zu drehen. Überkreuzt die Füße und wendet sie an. Bewegt den rechten Niedel nach unten und den linken nach oben. Er lagert gleichzeitig mit dem Oberkörper das Gewicht. Anschließend geht es natürlich in die andere Richtung. Macht das so lange, bis ihr den ersten Überschlag erreicht habt. In dem Moment müsst ihr die Flügelposition halten. Einer nach oben, einer nach unten. Ihr könnt zu jeder Zeit...